Moin Moin zu Faircatch, der NFL Gameday Show eures Vertrauens und aktuell könnt ihr meinen Tipps ja definitiv ganz gut vertrauen. Auch heute gibt es wieder fünf davon. Let's go! Im Programm habe ich heute für euch London Calling. 4 zu 0 Falling und Cardinals Crawling. Zuvor allerdings wie jede Woche wieder die Auswertung meiner Picks für den vergangenen Spieltag. Die Vikings hatten wir auf dem Zettel, die starken Bucks dafür allerdings weniger, die Chargers hielten wie erwartet gegen die Chiefs gut mit, den Touchdown-Tipp gewannen uns die Ravens und auch die Überpunkte waren eine klare Kiste. Kommen wir zum Buzz of the Week. Bei meinem Buzz of the Week möchte ich heute mal auf die Rookies schauen und ihre bisherige Saison, inklusive einer natürlich viel zu frühen Rookie of the Year Prediction. Hier sind die Top 4 nach vier Spieltagen. Auf der 1 Jaden Daniels, der Junge pulverisiert gerade NFL-Rekorde und das, obwohl er gar nicht der Nummer 1 Quarterback-Pick des Drafts war. 82,1% angekommener Pässe nach vier Spieltagen. Das ist Rookie-Rekord und damit übertrumpft er sogar den bisherigen Rekordhalter. Und das ist kein geringerer als Tom Brady. Auf der 2 Malik Neighbors. Auch der leistet bislang Historisches und ist in dieser Saison in vier Spielen bereits 52 Mal angeworfen worden. Damit legt er zum Beispiel neun Würfel vor dem am zweitmeisten angeworfenen Spieler Nico Collins. 35 davon konnte er im Übrigen auch fangen. Auf Position 3 Marvin Harrison Jr. Ja, nach einem katastrophalen ersten Spiel kommt auch der als erster gepickte Wide Receiver des Drafts so langsam in Schwung. Mit vier Touchdowns führt er die gesamte Rookie-Klasse auch an. Auf der 4 schließe ich noch Caleb Williams. Der Nummer 1 Pick des vergangenen Drafts hat noch so seine Probleme auf dem Spielfeld. Aber natürlich ist auch er noch im Spiel um den Award Rookie of the Year. Er müsste nur so langsam mal explodieren. 61,7% angekommener Pässe bislang sind doch eher enttäuschend. Meine Rookie of the Year Prediction nach Woche 4. Ja, die Commanders werden ab Woche 11 ein irre schweres Restprogramm bekommen. Und da dürften die Zahlen von Jaden Daniels etwas einbrechen. Malik Neighbors hat sich gerade erst verletzt. Habt ein Auge auf Marvin Harrison Jr. Und wenn ihr einen Wettanbieter im deutschsprachigen Raum findet, meinen Segen habt ihr für ihn. Doch was ist euer Tipp für den Rookie des Jahres? Einer von diesen Vieren oder Xavier Worthy? Oder vielleicht ein ganz anderer Kandidat? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Damit zu meinem und in dieser Woche ist es eindeutig Game of the Week. Vikings gegen Jets und die beiden Teams treffen nicht irgendwo aufeinander, sondern im Northumberland Development Project. Hört sich an wie ein Knast, ist aber das neue Stadion der Tottenham Hotspur. Und damit geht es zum ersten Mal in diesem Jahr nach London. 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 London? Yes, London. You know, Fisch, Chips, Cup of Tea, Bad Food, Worst Weather, Mary fucking Poppins, London. Ja, fast schon ein bisschen schade, dass die Vikings ausgerechnet jetzt, wo es so gut läuft, ihr Heimrecht für ein Spiel aufgeben müssen. Aber auch in London gibt es ja jede Menge Vikings-Fans. Die Wikinger in jedem Fall kommen von einem überragenden Auswärtserfolg im Lambeau Field, wohingegen die Jets doch etwas überraschend zu Hause gegen die Broncos verloren. Ja, Aaron Rodgers machte dabei zwar wieder keinen Fehler, aber auch nicht allzu viel Positives. Und zudem hatten die Jets wieder mal kein Laufspiel, nur 64 Rushing Yards. Das reicht mir einfach nicht. 248 Gesamt Yards ist sehr wenig. Die Vikings zum Beispiel kamen in Woche 4 auf 374 Yards und erzielen so im Schnitt auch 10,0 Punkte mehr als New York. Ich kann und will hier auch einfach gar nicht an den Vikings zweifeln, was mich direkt zu meinem Tipp bringt. Vikings minus 3 zu Quoten von 2,10. Bears gegen Panthers. Sicherlich vom Matchup nicht das most sexy Game ever, aber da in Woche 5 die ersten Teams Buyweek haben, bietet sich für uns die Gelegenheit auch mal auf diese Teams zu blicken. Und Geschichten gibt es in diesem Matchup ja zu Genüge. Zum Beispiel die von Caleb Williams, dem Nummer 1 Pick diesen Jahres auf der einen Seite oder von Bryce Young, dem gebenchten Quarterback der Carolina Panthers auf der anderen und dann natürlich auch noch die von Altmeister Andy Dalton. Doch was bringt uns das jetzt alles für Wettoptionen? Good question! Also, das Spiel findet in Chicago statt, wo die Bears ihre ersten beiden Saisonspiele mit 24 zu 17 und 24 zu 18 gewonnen haben. Was bedeutet, dass sie jetzt seit sieben Heimspielen ungeschlagen sind, zwei in dieser Saison und die letzten fünf Heimspiele der Vorsaison. Die Panthers hingegen konnten zwar zuletzt in Las Vegas etwas überraschen, davor waren sie jedoch zehn Auswärtsspiele in Folge sieglos. Ja, Andy Dalton hat die Panthers etwas aufgeweckt, aber trotzdem stellen sie immer noch die nach Punkten schwächste Defense der Liga. Diese lässt im Schnitt zudem 148,8 Rushing Yards pro Partie zu und wer kam auf der anderen Seite gerade erst wieder in Schwung? Richtig, Running Back Dundre Swift. Lange Rede, kurzer Tipp. Bears minus 3 zu Quoten von 1,81. Damit wieder in die oberen Tabellenregionen und zu einem der Top-Spiele des Spieltags. Texans gegen Bills. 3 zu 1 Bilanz gegen 3 zu 1 Bilanz. Allerdings waren beide Teams zuletzt nicht mehr ganz so gut unterwegs wie noch zum Saisonstart. Die Texans retteten sich zu einem 24 zu 20 über die bis dato unterirdischen Jacksonville Jaguars. Und die Bills wurden sogar von den Baltimore Ravens komplett auseinandergenommen. Für mich daher ein beinahe untippbares Spiel, was den Sieger betrifft. Aber zum Glück haben wir ja noch andere Statistiken, die uns helfen. So erzielen die Bills pro Partie 30,5 eigene Punkte und lassen 20,8 zu. Das ergibt einen Schnitt von 51,3 Punkten bei Bills Spielen. Jetzt ist die Offense der Texans noch nicht so richtig in Schwung gekommen in dieser Saison. Allerdings erzielen auch sie 23,5 Punkte pro Partie. Es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn diese niedrig angesetzten 46,5 Gesamtpunkte nicht überboten werden können. Mit Spielern wie Allen, Cook, Stroud, Mixon oder Collins. Mein Tipp, über 46,5 zu Quoten von 1,91. 49ers gegen Cardinals. Also ein Matchup aus der NFC West. Und hier gilt es an den Seattle Seahawks dran zu bleiben. Und da kommen die Cardinals den Niners doch gerade recht. Denn gegen kaum ein anderes Team in der Liga sind die 49ers punktehungriger als gegen Arizona. In den letzten beiden Spielzeiten gab es dieses Duell ja ganze viermal die Punktausbeute der 49ers dabei. 38, 38, 35, 45. Das macht einen Schnitt von 39,0 Punkten pro Spiel. Für Sonntag setzen die Wetteinbieter nun an. 28,5 Punkte für San Francisco. Nur 28,5 Punkte wohlgemerkt zu Hause. Diese Punktzahl haben die 49ers zwar bislang nur in zwei ihrer vier Saisonspiele knacken können. Aber jetzt kommen eben die Cardinals und deren Defense ist eine Drehtüre. Gegen die Commanders zuletzt haben die Cardinals sogar 216 Rushing Yards zugelassen. Ach ja, und 42 Punkte. Da sollten die 49ers mit einem wiedergelesenen Debo Samuel, George Kittle, Jawan Jennings und Co. doch zumindest 29 erreichen können. Mein Tipp über 28,5 Punkte für San Francisco zu Quoten von 1,93. Abschließend noch ein Duell zweier richtiger Traditionsteam Steelers gegen Cowboys. Vor allem die Cowboys haben hier allerdings große Verletzungssorgen. Fallen doch mit Micah Parsons und dem Marcus Lawrence zwei ihrer besten Passrusher aus. Das lässt den Favoritenstatus doch auch etwas deutlicher auf Seiten der Steelers wandern. Und wir trauen ihnen auch definitiv einen Heimsieg zu. Allerdings machen die Quoten jetzt nicht mehr ganz mit, denn allzu deutlich sollte es dennoch nicht werden. Vor allem da die Steelers Defense nach dem Einbruch gegen die Colts doch einige Anpassungen vornehmen sollte und auch wird, das wiederum wird die Gesamtpunktzahl nicht in die Höhe schießen lassen. Noch etwas anderes dürfte das bewirken und zwar, dass die Cowboys sich wieder mal auf Kicker Brandon Aubrey verlassen werden müssen. Der mit Abstand beste Kicker der Liga hat bereits 12 Field Goals verwandelt, was einen Schnitt von 3 pro Spiel ergibt. Das längste dabei über 65 Yards. Es ist zwar eine etwas langweilige Wette inzwischen geworden, aber bislang ging sie eben auch immer auf und deshalb ist sie auch mein Pick of the Week. Mein Pick of the Week lautet über 1,5 Field Goals der Cowboys zu Quoten von 1,77. Damit nochmal meine Picks in der Übersicht für diesen NFL Spieltag 5. Die Vikings siegen auch in London, die Bears gewinnen ihr 8. Heimspiel in Folge, Texans und Bills scoren munter drauf los, auch die 49ers lassen Punkte regnen und bei den Cowboys macht es mal wieder Brandon Aubrey. Damit bleibt mir jetzt auch nur noch eine Sache zu sagen und zwar Servus, Tschüss und Bye Bye, euer Bummo.